Vielleicht kann ich eine Wachtel oder einen Fasan herlocken mit meinen einstudierten Vogel rufen. Vögel, Wachtel, Fasan, kommt raus! Ich bin ein Vogel des anderen Geschlechts und habe Interesse, mich zu paaren! Hast du das gehört? Wir können eine Nummer schieben! Billy, Billy, komm schon, sei nicht dämlich! Ach, reg dich ab, Menschen machen Fehler. Guck dir doch mal das Design für das erste Hybridauto an. Eric, wir lieben dieses Auto. Wir wollen nur eine Kleinigkeit ändern. Die vergewaltige Aufschrift? Ja, die vergewaltige Aufschrift. Ich kündige. Oh mein Gott, der Geschäftsführer von meinem Konzern, jetzt kann ich ihn beeindrucken. Hey, Mr. Carlyle, gucken Sie mal. Das kann ich für unser Unternehmen leisten. Wirklich? Können Sie auch andere Dinge für das Unternehmen leisten? Nein, nein, auf die Art will ich nicht befördert werden. Nur auf die ich erschieße Falken mit meiner Armbrustart. Soll das etwa heißen, wenn ich mich vor etwas drücken will, dann muss ich nur eine Rauchpause machen? Ja, das ist wohl so, aber Sie rauchen ja nicht. Doch, ehrlich gesagt rauche ich schon. Schön, Griffin. Sie sind eindeutig Raucher. Genießen Sie Ihre Pause. Hättest du mal geschossen, du Fettsack. Diese Saison ist ein einziger langer Albtraum. Ja, wie der, in dem ich in die Bank gehe und keine Klamotten anhabe. Sir, was machen Sie da? Sie haben keine Klamotten an. Ah, ist bestimmt wieder einer von diesen Träumen. Ich sollte mich aufwecken. Oh, Gott sei Dank. Gut, dann sollte ich jetzt mal diesen Geschäftskredit beantragen. Mit dem Rauchen kann ich mich jetzt vor lauter Sachen drücken. Endlich stehe ich über dem Gesetz wie mein Vorfahrer aus dem 14. Jahrhundert, König von Dänemark, Griffin. Mehr Wein! Mehr Weiber! Mehr Tisch! Ich habe einen Herzinfarkt. Ist zufällig ein Arzt am Tisch? Ja, ich! Komm her! Schnell! Lauf! Aber der sehr weit entfernte Arzt schaffte es nicht rechtzeitig. Deswegen haben wir hier in Dänemark seitdem sehr kleine Tische. Hey, Quagmire, warum hast du einen Gips? Hast du dir den Arm verletzt, nachdem ich dir reingeschossen habe? Der Schuss war die Verletzung, Peter! Gehen wir auf die Suche nach Gott. Alles klar, bin dabei! Ich auch! Ziehen wir es durch! Hey, Joe! Joe, was machst du da? Was? Ich dachte, Gott suchen ist ein Codewort. Nein, wir meinten, dass wir ihn wirklich aufsuchen. Oh, äh, ich hab Bonnie schon eine SMS geschickt. Hey, Dad, willst du was über meinen Schultag hören? Es geht um eine scharfe Freundin Melissa. Okay. Sie hatte in der Schule keinen BH an. Okay. Und jemand hat ihr Wasser über das weiße T-Shirt gekippt. Okay. Und es war kalt, also konnte man alles sehen. Okay. Dann ging sie und ich hab gemerkt, dass ich ganz allein bin und... Auf Pause! Ich bin dein Bruder, Chris. Wir sind ein Team und müssen füreinander da sein, wie die Eule und ihr Englischlehrer. Wie ist das englische Wort für was? Das heißt wer, ich mein was. Nicht wer, ich mein was. Das heißt wer, sag mir, was was heißt. Sag mal, willst du mich verarschen? Nichts auf der Welt ist komischer als Missverständnisse. Oh, verstehe. Ihr seid alle hier, weil ihr es schon gehört habt. Bitte schön. Peter hat sich in der Arbeit in die Hose gekackt. Zufrieden? Peter? Nein, nein, Lois. Erzählen wir alles. Ihr habt sicher auch gehört, dass mich jemand im Büro überrascht hat, als ich an meinen Zehen genuckelt hab. Und gehe ich jeden Samstag in pinken Krankenschwesterschuhen im Park walken? Ja, gehe ich. Peter, wir sind aus einem anderen Grund hier. Okay, jemand hat gesehen, wie ich heute früh im Copyshop mit einem anderen Typen Händchen gehalten hab. Alles klar. Und hatte ich mit dem Attentat in Oklahoma zu tun? Vielleicht ein bisschen. Nein, Peter, du verstehst nicht. Gut, gehen wir ans Eingemachte. Ja, die Katze, die sagte, sie kommt aus der Zukunft, hat mich reingelegt. Es war nur eine Katze aus der Gegenwart mit einer guten Verkaufsstrategie. Dad, du verstehst nicht. Oh, ich verstehe. Ich verstehe, dass ich mir hunderte Todfeinde gemacht hab, als ich rassistische Parolen vor dem Gefängnis gebrüllt hab. Oh, und noch etwas. Wenn ihr Enten für magisch haltet, hebt eure Hand. Und sie ist oben. Peter ist der Einzige. Hey, beruhigt euch, Jungs. Nein, Joe, Joe, Joe. Es wird Zeit, dass ihm das jemand sagt. Peter Griffin, du bist ein Idiot. Du kannst nicht mal gleichzeitig laufen und Kaugummi kauen. Peter, komm schon. Lauf weiter. Ich mach gerade was. Eins lass im anderen. Hey, guck mal, da ist Taylor Swift. Und die nicht ganz so swifte Taylor. Atemlos Tod in Schlacht. Warum muss es immer gleich eine Schlacht sein? Du bist sogar noch hässlicher, wenn man vor dir steht. Okay, du sagst. Du wurdest aus dem Arsch deiner Mutter geboren. Das hat deine Mom erzählt, als sie's mit mir getrieben hat. Du bist ein Arsch, Baby. Deswegen hast du überall Muttermale. Das sind Kackwäste. Ich mein, das ist nicht die verrückteste Idee im Showbusiness. Wenn ich groß bin, will ich am Anfang von Filmen meinen Kopf durch einen Kreis stecken und brüllen. Was sagt ihr jetzt, Bitches? In Griechenland glaubte man, vom Gipfel des Olymp zu den Göttern sprechen zu können. Vielleicht sollten wir da raufsteigen. Was heißt hier Götter? Gibt's mehr als einen? Ja, Peter, Griechenland ist polytheistisch. Schnell, Peter, sag was, damit er glaubt, du weißt, wovon er spricht. Warte. Ja, du hast es kapiert. Wie geht's dir so? Ich sag's dir, es ist furchtbar. Mir ist langweilig. Ich kann nicht schlafen. Ich liege nur rum und warte, bis mein Bein wieder wird. Das tut mir wirklich leid, Grandpa. Und das Schlimmste ist, ich kann keinen Sex haben. Gott, wenn ich's nur irgendwie selbst tun könnte. Den Druck loswerden und nach vier Minuten friedlich schlafen. Ich zeig dir jetzt mal was. Das war der Wahnsinn. Und Linda Krater war gar nicht hier? Nein, die war nur in deinem Kopf. Unglaublich. Und wie oft kann man das machen? Einmal im Jahr? Nein, du kannst es praktisch immer dann machen, wenn du nichts anderes machst. Cool. Nächstes Mal versuch ich's mit meiner Hand. Du bist dran. Ich genieße es, dass wir nach all den Jahren, die wir zusammen sind, immer noch so einen... Was? Peter, was machst du denn da unten? Nichts. Also nichts sieht für mich anders aus. Hey, Joe. Hey, Joe. Ich bin hier. Joe, setz dich zu mir. Oh, bitte, Leute. Joe, ich hab eine Schachtel Akritzgummis. Und du darfst zwei haben. Ich habe Spielkarten, die du dir cool in die Reifen klemmen kannst. Joe, ich mach den Wellenbauch für dich. Sieht aus wie echte Wellen. Ich kann deinen Namen richtig laut rufen. Joe, 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 Joe. Ich kann ihn lauter rufen. Joe, Joe, Joe. Joe, Joe, Joe. Joe, Joe, Joe. Joe, Joe. Joe, Joe, Joe. Denk daran, wir machen Songs über Dinge, die uns etwas bedeuten. Von Anfang. Scharfe Menthol-Tropfen, die spürst du in der Nase. So weißt du, dass es ein Medikament ist und nicht einfach ein Drink. Können wir einen von meinen Songs spielen? Nein, niemand will deine dummen, inhaltsleeren Songs hören. Spielen wir? Ich stürzte in der Dusche. Vielleicht brauchen wir die Stange doch. 5, 6, 7, 8. Hey, warum suchst du dir nicht einen, der deine Religion hat und sich verteidigen kann? Und du bist gar nicht so tough. Du drückst dich ganz oft vor dem Schwimmunterricht, weil du einen ekligen Mikropenis hast. Der ist nicht eklig, der ist was Besonderes. Ich kann damit den Kabelreceiver resetten. Hey, Chris. Es war echt nett, was du da für den verschwitzten Juden gemacht hast. Hin weg, garstiges Weib. Deine breiten Hüften können mich nicht verführen. Äh, ich mein, du hast... ne Vulva und, und, und Eileiter. Endlich mal ein Kerl, der zuhört. Hier ist meine Nummer. Ruf mich an. Ich hab euch hierher gebeten, weil das aufhören muss. Das Gebettele um meine Aufmerksamkeit, die nächtlichen Anrufe, die Fernsehspots. Glenn Quagmire behauptet, ein guter Freund von Joe Swanson zu sein. Aber würde ein guter Freund einen Laubbläser vier Monate lang nicht zurückgeben, während die Blätter fallen? Ich bin Peter Griffin. Und ich bin für das hier in einen Fernsehsender eingebrochen. Wer ist der Kerl? Hey, Grandpa, guck mal. Wenn ich meinen Ellbogen so biege, dann sieht er wie eine Mumu aus. Was sollten wir nicht tun? Das dürfen wir bestimmt nicht. Ich entscheide mich für Quagmire. Was? Am Arsch! Tut mir leid, Peter. Quagmire ist in ziemlich schwierigen Zeiten für mich da gewesen. Und er war immer ein guter Patenonkel für Susi. Da ist ja meine kleine Schmusi, Susi. Aber ich liebe Susi mehr. Komm her, Susi. Onkel Peter will ein Prustchen machen. Peter, das solltest du etwas weiter oben machen. Hab meine Augen zu früh zugemacht. Es wäre das Beste, wenn du gehst. Ach ja, schön. Dann verbringe ich Zeit mit meinem Patenkind Kevin. Raus! Er hat mit einem Messer masturbiert. Na schön, dann werde ich jetzt alle auf Facebook verwirren, indem ich nur so traurig schrecklicher Tag poste und nichts weiter. Gute Idee. Ich sehe mal nach meinem haarlosen Zwilling im Gartenhäuschen. Mach die Tür zu, das Mondlicht brennt. Es ist fast Weihnachten. Es ist fast Weihnachten. Weihnachten? Ja, wenn du weiter brav bist, wirst du all die Eierschalen und den Kaffeesatz bekommen. Darf ich zur Familie? Du verlangst zu viel. Kein Weihnachten. Die Katholiken glauben, solange du Jesus vor deinem Tod anerkennst, kannst du in den Himmel kommen. Und das kann jeder? Ich erkenne Jesus als Herrn und Retter an. Ja. Oh, mein haarlosen Zwilling ist entkommen. Hallo Familie. Lasst uns so viel Müll essen, wie wir wollen. Peter, vielen Dank, dass Sie mir beim Kuchenbacken helfen. Aber wäre es nicht einfacher, wenn Sie auf dem Boden stehen würden? Als ich mit meiner Mom gebacken habe, stand ich immer auf einem Stuhl. Eine andere Kindheitserinnerung ist der Daumen von Onkel Roy in mir. Wenn Sie, Kater, mich aus Ihrem Testament streichen, dann streiche ich Sie aus meinem. Das war nicht dein Testament, sondern deine Geburtsurkunde. Oh nein. Es gibt kein Licht. Es gibt nur Feuer. Sag mal, Peter, seit wann rauchst du? Zuerst habe ich es gemacht, um mich vor der Arbeit zu drücken. Aber eigentlich ist es eine sehr schöne Angewohnheit, die viele Vorteile hat. Und welche? Ich kann bei schwierigen Gesprächen mit der Asche ein Ausrufezeichen setzen. Joe, deine Ehe ist vorbei. Ach, Blödsinn zwischen Bonnie und mir läuft es super. Deine Ehe ist vorbei. Naja, jetzt wo du es mit der Zigarette sagst. Nchmal denke ich, deine Mutter hat uns zusammengebracht. Ja, ich empfinde genau dasselbe. Gut. Komm schon, belästigst du mich oder guckst du fern? Wenn ich mich umbringen will, schneide ich mir die Pulsadern dann so oder so auf? Quer für Aufmerksamkeit, längst für Effizienz. Meg hat recht. Gut, ich bin dann in der Garage. Peter legt das Messer weg. Lois, ich habe keine Freunde. Also werde ich mich umbringen und eine ganze Seite im Jahrbuch bekommen. Dann können sie mich nicht ignorieren. Wer ist das? Keine Ahnung. Das wäre nicht das erste Mal, dass du glaubst, dass dich jemand anbaggert. Wollen sie Pommes und was zu trinken dazu? Und schon geht's wieder los. Carter hat beschlossen, dass er sein ganzes Geld Chris hinterlassen will. Also möchte ich jetzt, dass er mich gut findet. Ich habe sogar sein Zimmer für ihn aufgeräumt. Hätte ich lieber lassen sollen. Chris, unser Bad ist fertig. Ich, äh, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich besitze nicht die elterlichen Fähigkeiten, um damit umzugehen. Ich schlage vor, wir erwähnen es nie wieder. Ich, ich ziehe vielleicht weg. Wir sind hier, um sie zum Lächeln zu bringen. Und wenn mich etwas immer zum Lächeln bringt, dann ist es das Lachen von Kindern. Ich habe den Jungen auf dem Parkplatz gefunden und werde ihn für sie zum Lachen bringen. Komm, jetzt lach schon. Kleine Fettbacke, gucci, gucci, gucci. Fassen Sie meinen Sohn nicht an. Komm her zu mir, kleiner Mann. Dieser Flug ist bereit zum Abflug. Bumm. Abflug. Ui. Wer fliegt da? Ui. Du fliegst da. Nochmal. Wer ist Daddys kleiner Flieger? Ich liebe dich, Daddy. Oh mein Gott. Wie ist das nur passiert? Das kommt vom Rauchen. Ist nicht so schlimm. Peter, so kannst du nicht existieren. Ich bringe dich zu Dr. Hartman. Nein, ich hasse den Onkel Dr. A. Bist du sicher? Da drin sind Käsekräcker. Käsekräcker? Hä? Warte, was ist los? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, es ist Schlafenszeit. Gute Nacht. Also dann, Rupert. Ich ziehe es durch. Tja, ich bin nicht tot, aber ich habe einen Ständer. Das heißt, wieder mal etwas Neues für Stewie. Mann, das ist meine größte Leistung seit meinem Alleinflug über den Atlantik in den 20er Jahren. Vive, Pierre Riffin! Incroyable! Guckt nicht da rein, guckt nicht da rein. Alles vollgekackt. Ehrlich, wir müssen da Toiletten einbauen, wenn wir mehr als zwei Stunden drin hocken. Warum sehen hier alle Leute so aus wie Imperator Palpatine? Weil das hier alles starke Raucher sind. Hey, du scheiß Bolle, knall mich ab! Oh nein, ein bewaffneter Überfall. Ich will heute ganz bestimmt nicht drauf gehen. Ich habe so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Komm schon, erschieß mich! Ausgerechnet heute trage ich keine kugelsichere Weste. Worauf wartest du? Ich bin ein leichtes Ziel. Ist doch kacke, dass das Herz genau hier ist. Küsst euch schon, ihr Schwuchteln! Nein, Dad! Ich weiß nicht mehr, was normal ist. Du musst mir in den Arm schießen, damit wir wieder Freunde sein können. Okay? Warte, warte, warte! Nein, nein, ich wollte dir das anbieten und dann solltest du sagen, nein, Peter, ich schieße nicht auf dich, obwohl ich die Geste sehr großzügig finde. Gib mir die Knarre, Peter! Hab ich den Test bestanden? Nein, Peter, ich werde auf dich feuern wie auf ein Tier. Aber allein die Tatsache, dass ich es dir anbiete, müsste dir doch so viel bedeuten. Dein Angebot bedeutet mir gar nichts. Mir bedeutet nur eine Kugel in deinem Arm etwas. Geh dir her! Warte, warte, warte! Ich wollte noch nur einen anständigen Auftritt hinlegen, so wie in den Arm! Aha! Verdammte Scheiße! Es ist vorbei, wir sind alle wieder Freunde. Hast du einen Vogel, Joe? Ich versuche nur, das hier in Ordnung zu bringen. Danis ist in Ordnung! Du hast geschossen, ich hätte schießen müssen! Moment mal, das heißt aber, ich darf auf Joe schießen. Er hat auf mich geschossen. Ich meine, wenn wir das hier fair angehen... Gut, wir sind quitt. Und Brian, immer noch Atheist, obwohl der die Gott getroffen hat? Wer weiß, wen er getroffen hat. Jedes Mal, wenn wir in Disneyland sind, freut er sich, dass Mickey Mouse an dem Tag auch da ist. Ehrlich, Gott zu sehen war genauso wie Mickey und Donald vor der Achterbahn in Disneyland zu treffen. Ich meine, was für ein Zufall! Ich verstehe trotzdem nicht, warum du dir all die Mühe machst, Gott zu treffen und ihn da nur um etwas wegen der Patriots bittest. Doch, ich habe ihn um noch was gebeten. Ah, was passiert mit mir? Seht nicht hin, seht nicht hin, alles okay. In einer Sekunde ist es vorbei. Peter, ich freue mich, dass du dich mit deinen Freunden wieder verstehst. Haben ich mir gesagt, dass wir alle wieder gute Freunde sind? Ja, Peter, darüber haben wir gerade geredet. Die wollen mit mir in den Zoo gehen und mich überall rumrollern. Wir sind alle wieder Freunde. Ich würde meine Küche gern so ausstatten, als wäre ich der tollste Koch der Welt, obwohl ich noch nie gekocht habe. So machen wir es immer. Okay, gut. Fangen wir an mit Töpfen und Pfannen mit Kupferboden für neun Riesen. Das ist mal ein knackiges Poporchen. Dad! Was? Tu nicht so unschuldig, du weißt es genau. Ich bin vielleicht dein Gatte und dein Dad, aber ich bin auch ein Mann. Dank deiner Hilfe werde ich nicht länger gemobbt. Ist doch fabelhaft. Dann haben wir es den Mistkerlen wohl richtig gezeigt? Ja, zwei von ihnen haben sich erschossen. Oh, das ist schön zu hören, Chris. Sind die fertig? Mit allem durch, dann bringen wir unseres zu Ende. Ich habe endlich mit dem Rauchen aufgehört und werde ganz bald wieder normal sein. So funktioniert das nicht. Der angerichtete Schaden ist irreparabel. Lois hat recht. Du siehst zwar schlecht aus, aber der Schaden an deiner Lunge und an deinem Herzen ist zweifellos noch größer. Was? Dann mach einen Schnitt auf das Haus von außen mit Musik. Das funktioniert immer. Fuck. Das macht den Haupt rude. Fuck. Untertitelung des ZDF, 2020